Mein Name ist Marcel Schäper und ich arbeite als Systemingenieur bei Alstom in Berlin. Ich bin nach dem Abschluss meines Maschinenbaustudiums eher zufällig auf Alstom gekommen, aber mit dem Engineering-Graduate-Programm hat Alstom einfach ein sehr interessantes Paket geschnürt und deswegen habe ich mich am Ende für Alstom entschieden und bin froh hier zu sein. Alstom arbeitet daran, durch Digitalisierung ein leistungsfähiges Bahnsystem zu schaffen. Mir wurde das Angebot gemacht, direkt mit den Experten vor Ort in Frankreich und in Belgien zu lernen, wie das Engineering dahinter funktioniert. Das hat für mich interessant geklungen und deswegen habe ich mich bei Alstom beworben. Man arbeitet aktiv an einer grünen Mobilitätswende in einem sehr zukunftsträchtigen Markt. Dabei kann man seinen Beitrag leisten an unserem wachsenden Berliner Standort. Komme zu Alstom und gestalte mit uns die Mobilität der Zukunft.